Die meisten Szenen haben wirklich Spaß gemacht, wo wir entweder richtig Gas geben konnten, tanzen, singen, lachen, schreien oder auch so kleine Szenen, also was halt unheimlich lustig ist, wenn du zwei Kollegen hast wie den Friedl und den Mücke, dass einfach Szenen an einem Tisch sitzen und miteinander reden kann da schon so ganz schlimmen Lachflash ausarten.